Ich bin Esther Kremer von TV Wattenschein und ich werde heute hier mit Heinz noch teilmachen. Also hoffe ich immer auf eure tagkräftige Unterstützung. Auf geht's Wattenschein! Auf geht's in den ersten von zwei Vorläufen über 400 Meter gefahren. Und hier steht sie, die deutsche Jahresbestandtitelverteidigerin von TV Wattenschein, Esther Kremer. Auf der Wand vor denen ist die Europameisterin mit der 4x400m Stapel genau wie Esther Kremer. Die Union Europameisterin und ich kenne bitte, Röhm quasi, von der L.E. Karlstadt-Gambachlohn, Fabien Kuhlmann. Das ist die deutsche Meisterin des vergangenen Jahres und die 400 Meter Lug von der LB-Rubert und Friedberg-Kaufer Christiane Klotsch. Das ist die erste Vorlauf, die 400 Meter der Maul vollgesetzt, die Achtbahn hier in der Lohrheide. Und über 400 Meter ist das natürlich auch in der Zeit in Richtung Olympische Spiele für die Staffel. Denn da brauchen wir ja noch vier Damen von 400 Meter. Ein Das ist der erste Vorlauf. Das ist die Lokalmannsatorin auf der Wahl 4, Elsterklima von Liefermannscheid. Die einzige Leute mit 4.3.0 in diesem Jahr ist die E-Endow, die 2.15. Sie haben das Einzige Leute verholt. Sie haben das Einzige Leute,arity zu Seychelles, die E-Endow ist die E-Endow. chilli und Esser Uranuscheid. Vielen Dank.